Ah, es ist wieder soweit, die Weihnachtszeit. Oh ja, gucken wir mal, was die Leute sich wünschen. Na, wem haben wir denn da? Na, was wünschen sie sich zu Weihnachten? Wünschen? Also wünschen ist so eine Sache, ne? Also eigentlich wünsche ich mir gar nichts, denn wünschen ist eigentlich so eine Sache. So eine eigentliche Sache. Also ja, eher keine Ahnung. Aha, okay. Und was wünschen sie sich? Ja, das ist halt die Sache, die ich mir überlege. Also das ist eigentlich so eine Sache. Alles klar, okay. Na, wem haben wir denn da? Na, was wünschen sie sich? Okay, sie spielen echt krass. Okay, aber was wünschen sie sich zum Weihnachten, ne? Also die Weihnachtszeit, ne? Puh, das ist schwer. Okay, sie können langsam aufhören zu spielen und wir sagen, was sie wünschen. Denn der Weihnachtsmann muss, muss die Geschenke austeilen. Also was wünschen sie sich? Puh, das ist schwer. Okay, wissen sie was? Wissen was? Machen sie einfach weiter. Sie machen das echt gut. Und ja, ich wünsche ihnen frohe Weihnachten. Ach, ja. Sind sie der Weihnachtsmann? Oh ja, der bin ich. Ich bin der echte Weihnachtsmann. Krass. Also, was wünschen sie sich? Also, ich wünsche mir eine PS5. Genau, eine PS5. Aha, okay. Die existiert, glaube ich, gar nicht. Nein, die gibt es. Aha, okay. Na ja, aber die ist momentan sehr, sehr rar. Also, ja, haben sie vielleicht noch einen anderen Wunsch? Ähm, die neue Xbox, die wäre auch was. Haha, äh, ja gut, okay. Äh, noch einen vielleicht? Hm, ja, also, vielleicht. Vielleicht wäre die neue Grafikkarte, die RTX 3000er, irgendeine 3000er Serie, die wäre doch was. Okay, sie wissen schon, dass, dass die, dass der Chipmangel extrem reißt. Ja, aber sie sind ja noch Weihnachtsmann, oder? Ja, der bin ich, aber... Ja, und? Wissen sie was? Sie bekommen alle drei Sachen. Echt? Nein, natürlich nicht, Mann. Oh, Mann. Ja, Leute, das war das kleine Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein frohes Fest. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und 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 ich hoffe, Vielen Dank.